Schaffen wir auch in diesem Part wieder 5 Level? Das wäre doch mal geil, oder? Oracle ist das nächste Level hier bei Super Meat Boy. Ähm... Und es geht weiter mit den Portalen. Welches ist es? Okay, das da. Also erst einmal hier mit Schmackes rein, dann da hin. Haha, und dann da hin. Ich verstehe, okay. Und dann wieder ins Portal rein, oder? Ja, wäre wohl am sinnvollsten, oder? Nee. Nee, wäre nicht am sinnvollsten. Wäre nicht am sinnvollsten. Weil ich das, glaube ich, gar nicht schaffe. Deswegen muss ich einen Riesensatz darüber machen. Und dann da hin. Ja, und das Ganze mit Great A. So habe ich mir das gedacht. Ich fange schon an die Portale. Oh nein, ein bisschen zu mögen. Oh, schau, ich wollte gerade sagen, es war eigentlich gerade richtig gut. Wow. Gehst du aber wieder zurück? Ja, du gehst doch wieder zurück. In diesem Sinne... Wow, das war gar nicht so schlecht. Aber langsam. Aber langsam. Zehn. Ui, 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 ui. Zehn für Great A. Das ist... Wenig. Aber... Komm. Bestimmt machbar, oder? Ja! Ach, geil. Aber so sehr. Oh, ich habe einen Lauf, Leute. Ich habe einen Lauf. Oh, oh. Oh, oh. Was zum Teufel. Also das mit dem Bandage-Ding ist schon mal so ein Ding der Unmöglichkeit, glaube ich. Äh, ja, ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie ich da jetzt wohin gehe. Du öffnest mir das Ding. Und dann muss ich da noch Lauf. Aber warte mal, das schaffe ich mit Bandage. Erzähl mir nix. Wartet, 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 wartet. Hm. Das schaffe ich mit Bandage. Ich muss einmal hier rüber springen. Dann gleich hier hoch. Dann da rüber. Dann geht das auf. Dann kriegen wir den. Dann hole ich mir das Bandage. Dann hätte ich nochmal eins nach oben müssen. Aber ansonsten wäre das... Ich glaube, ich hätte das Problem, dass funktioniert, ne? Okay. Ich finde, das klappt hier überraschend. Gut. Oh, nein. Jetzt bin ich da irgendwie nicht ganz... Jetzt hat das der Sprung... Oh, scheiße. Okay. Na gut. Wenn ich jetzt eh nur das Bandage hole, dann muss ich auch nicht mal schnell sein. Scheiße. Also hier passiert mir immer wieder dasselbe. Ich habe ja alle Zeit der Welt, wenn ich das Bandage hole. Scheiße. Das einzig Schwierige ist eigentlich, genau, dass ich hier irgendwie immer hängen bleibe. Pass mal auf, das war ja jetzt aber mal anders. Ich glaube, das war nicht so die beste Idee, die ich hatte, oder? Oh, warte. Jetzt muss ich schauen. Scheiße. Ich dachte, das könnte vielleicht klappen. Aber hat es nicht. Scheiße. Ich habe vergessen, dass ich nochmal eins nach oben muss. Deswegen darf ich auch nur das da öffnen. Wobei das jetzt vielleicht eins zu wenig war. Ja, das war eins zu wenig. Da würde ich nämlich das Auge dann strichlich die Rechnung machen. Schwierig. Ich will das auf jeden Fall mit Bandage schaffen, weil das ist definitiv so ein Bandage, wo ich sage, ey, das kann ich schaffen. Ah, scheiße. Also, ich muss... So, jetzt, jetzt. Das ist eine gute Vorlage. Das ist... Oh, nein. Jetzt bin ich da echt da durchgesprungen. Das war nämlich gerade eine richtig geile Vorlage, aber die habe ich jetzt nochmal geschafft. Nein, und dann springt der nicht. Meat Boy. Come on. Do it. Nein, 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 nein. Komm schon, das ist ein... Super einfaches Level. Mit Bandage halt nicht, aber... Mit Bandage finde ich schon schwer, ja. Ich darf nicht mehr als zwei öffnen. Naja, das ist zu viel. Da komme ich nämlich nicht hoch. Da komme ich nämlich nicht hoch. So, jetzt, jetzt. Perfekt vorgelegt. Wartet, wartet, wartet. Ja, 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 ja. Nice. Okay, Bandage bekommen. Jetzt muss ich es nochmal machen für Grade A. Grade A ist ja eher mega leicht. Und der... Also das war wirklich, wirklich, wirklich easy. Oh, wir schaffen scheinbar äußerst viel Level. Hä? Ah, okay. Das ist ein interessantes Level. Ja, das ist ein sehr interessantes Level. Wo ich jetzt aber nicht wüsste, was ich da ganz am Ende mache. Kommt der dann überhaupt so weit hoch? Weil da einfach raus komme ich nicht. Ah, okay, okay, okay. Oh, oh, jetzt muss ich Gas geben. Oh, nein. Oh, jetzt war ich überrascht, dass ich es geschafft habe. Ich glaube, das kriegen wir hin. Oh, das ist... Oh, das ist heftig, wenn dann der Strahl auf einmal dann doch da ist. Also, so wie es aussieht, sind diese Laser-Dinger hier in der Hölle wirklich so das, was die Raketen in der Salt Factory waren und so weiter. So, ich muss jetzt hier hin, dann darüber und dann das gleiche Spiel da drüben nochmal machen, so wie es aussieht. Da oben sehe ich sogar ein Portal. Boah, die sind schon echt ganz schön übel versteckt, die Dinger, ne? Nein, okay. Aber die Portale sind mir gerade herzlichst egal. So, hier dasselbe Spiel. Hier einfach darüber und... Grade A! Aber... Pass mal auf, einmal Mais noch. Weil... Jetzt, wo ich sagte, es ist mir herzlichst egal, juckt es mich doch, ein bisschen das zu holen. Vor allem, weil das Level halt auch echt nicht so schwer ist. Hör, wie komme ich denn da oben hin? Ah, ich befürchte das Schlimmste. Nö, weißt du was? Da kannst du mich mal schlägen. So, Nummer... 15, also quasi Nummer 5 für den Part. Wo ist da der Haken? What the f... Fuck. Okay, was zur verfickten Scheiße ist das? Ähm... Ne, jetzt mal ernsthaft. Was zum Teufel. Jo, das jagt mich ja auch noch. Boah, schade. Jetzt hätte ich sogar fast hingekriegt. Ähm... Ja, komm, bring mich mal um. Also, wenn wir mal ehrlich sind, glaube ich, könnte ich das schon schaffen. Scheiße, der am Ende nerven, der nervt mich. Und ansonsten sehe ich da nämlich überhaupt gar kein Problem. Oh, was? Nicht mehr, ey? Ja, okay, hier habe ich viel Zeit verloren. Das war blöd. Oh, ja, das war blöd, dass ich da Zeit verloren habe. Das hätte nicht sein müssen. Ja, wie viel Zeit will ich hier noch verlieren, Junge? Zwei haben mich gerade verfolgt, Alter. Ja, da hast du natürlich keine Chance. Also, das musst du schon hier im First Try machen. Da musst du den Schlüssel auch im First Try nehmen. Und dann ist das ja easy peasy hier. Guck mal, wir können noch ein Level machen. Ist ja irre... Oh, was haben wir denn da? Seht ihr das denn? Da leuchtet auch irgendwas. Oh mein Gott, wie soll das funktionieren hier? Oh Gott, und da oben ist auch nochmal so ein Teil. Ja, genau. Also, ich habe das, ich befürchte, ich muss da hoch, dann mich hier halten und dann gleich da rein. Okay, pass auf. Das ist aber machbar. Bis zu dem Punkt. Hä? Wie gesagt, ist von der Idee her super. Hä, das geht gar nicht. Weil? Da? Oder muss ich mich dann da oben nochmal... Boah, also das ist höllisch. Ja, aber lang kann ich mich da auch nicht festhalten. Hä? Das ist mir ernsthaft. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, das war gut. Boah, das war geil. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Oberhammer. Oh Gott, nee, vergiss es. Auch da mit dem Bandage. Okay, yo. Ähm. War hier das am besten. Wahrscheinlich hier runter. Ja, das... Oder wir können ja auch einfach runterfallen lassen, glaube ich. Das ist, glaube ich, sogar am einfachsten. So, hier chill ich wieder kurz. Dann lasse ich mich hier runterfallen. Dann geht's hier hoch. Ach, da ist das Managed Girl. Schau mal, wie lange ich mir jetzt gerade Zeit gelassen habe und ich habe Great Able bekommen. Was ist das im Teufel? Oh, nee. Ernsthaft? Was bist du überhaupt für ein Teil? Was fickt dich? Oh, haha. Boah, das wäre natürlich geil gewesen, wenn ich das hätte einfach durchjumpen können. Aber das funktioniert nicht so einfach, oder? Ja, ich überlege nur gerade, ob ich dann vielleicht mich... Wenn ich mich hier hinten halten kann. Komm, komm, komm. Nein, du Wichser. Aber ich glaube, mir geht's da deutlich besser, als wenn ich hier warte. Jedes Mal, wenn ich ihn höre. Ja. Ja, jedes Mal, wenn ich ihn höre, muss ich dann einfach nur durch. Das geht schon. Scheiße. Das ist übel. Also, er kann mich nur killen, wenn er mich mit den Zähnen trifft. Immerhin, das ist schon mal ein bisschen... Shit, du Wichser. Triffst du mich die ganze Zeit nicht und dann deine Wichser... ...Babys oder... ...wieso konnte man sie jetzt letztendlich darstellen. Das gibt's nicht, ey, weißt du? Gehen da halt einfach durch, die Teile. Oh, komm schon. Könnte auch so der erste Level sein, wo ich sag... ...Great A macht mir wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Ja, ich muss aufs Teil drauf. Ich schaff's sonst nicht. Das geht anders nicht. Könnt ihr ja auch permanent hin und her sprengen. Ja, das Problem ist, was soll ich machen, wenn ich da unten bin? Das geht nicht. Das ist absoluter Scheiß. Also, das ist jetzt... Das ist richtig ätzend. Da... Egal, was du machst. Ich müsste quasi... Jetzt hat's gepasst. Oh, und da ist Bandage Girl. Geil, bitte Great A noch. Yes! Alter, wie gut. Okay, was passiert hier? Hä? Ein Aufzug. Ernsthaft? Und dann musst du einfach nur überleben. Einfach nur warten, oder was? Das kann doch gar nicht so schwer sein. Ernsthaft? Das kann gar nicht so schwer sein. Ah, wartet mal. Ich glaube, ich hab schon die richtige Taktik. Ah, wartet, 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 wartet. Na gut, jetzt hat er mich genau perfekt getauscht. Bitteschön! Schaut euch das mal an, ey. Ein Level fehlt uns noch und dann kommt der Boss. Also, das war jetzt schon hier richtig stark. Also, das war jetzt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Biatch. Und, äh, so darf's auf jeden Fall weitergehen. Dann haben wir die Light World von der Hölle geschafft. Hättet ihr damit gerechnet? Das sehe ich nicht.